hallo hallo junger mann was wollen sie der macht jetzt hier so hüppel stöppel aber auch immer schräg mir nicht so an hoch springen klamotten so das habe ich geschafft jetzt muss ich da hinten rüber dann lasse ich für die olga die lasse ich nicht doch lassen sie für mich die leiter herunter dann kann ich das von oben ja gesehen der schwingt so schön ja ein leiterchen cool und du faule sau nein also wir haben so gesagt das ist gefährlich aber wieder das problem dass ich wieder nicht das könnte ganz blöde werden jetzt gucken wir uns den herrn hoxen an das ist ganz ich glaube das war falsch andere spieler warten sie auf sie aber sie können jetzt hier direkt drauf weil die leiter haben sie jetzt wenn ich hier auch wo es war ziemlich hoch hier du musst genau den punkt ab passen jetzt hoch 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 ich muss ja an das andere ding dran und jetzt ja scheiße fräulein sterb hier tausend mal machen sie kein scheiß die bleiben da muss ich das ding muss da selber ausprobieren ja ich bleibe wo ich bin weil die gefahr dass ich nach unten falle und wir wieder das ganze gebäude hochklettern müssen ist sehr sehr groß und da habe ich überhaupt keine interesse zu können überhaupt keine ich habe keine andere ich komme da oben nicht ran ich werde da oben nicht rankommen dann könntest du vergessen ich komme von hier an die links nicht ran vielleicht kommen da nicht ran ja das ist ja wieder also ich komme da nicht ran da steht schon noch ist meine könnte es auch von hier aus versuchen mit dem fallschirm rüber zu hüpfen ohne fallschirm geht es auch bis zumindest schon mal hier aber das bringt uns ja nicht springen ja aber es bringt uns nix überhaupt nicht da hoch und da müssen wir ja mit der also schon mal geil da oben ob das ist nur so eine so eine möglichkeit die man die gibt hier so von wegen hier kann es ja mal ausprobieren ich bringe ich so du musst dir doch mal angucken wie man das jetzt am besten machen ja ja ich habe schon verstanden ich habe schon verstanden ich habe das schon verstanden irgendwie habe ich das verstanden aber ich habe ja ich gucke uns das an aber so komme ich da nicht dran also ich würde jetzt auch gerne versuche ich habe das ist mein problem was ich habe wenn du in die richtung dann guckst wenn er dann aber du hast nur eine gewisse zeit ist da oben was dann ja ja okay ich habe dann irgendwie kapiert aber du warst oben an dem dran aber auch nicht richtig hättest du hochklettern müssen warte was kommt da wieder du musst dann da hin und jetzt bin ich tot verblute gerade ja du kommst da gleich gleich also ist nicht einfach wahrscheinlich werden jetzt viele wieder sagen naja aber wie gesagt ich möchte auch nicht riskieren dass wir jetzt wieder unten anfangen weil da habe ich so gekotzt ich habe da sogar der sprungaktion gekotzt und bin so froh dass wir jetzt hier oben sind so bist du denn zehn meter ist irgendwie unten irgendwie unten oh gott der ochs ist wieder unten ich hoffe es sind ich bin doch schon da aber ich habe es trotzdem irgendwie nicht so richtig bestanden ja wir müssen hier rüber also ich gehe jetzt noch mal die leiter hoch guck mir das noch mal an also leute hier ihr seht das ja man wird das ja mal wieder an wer ist auch nicht meine sitzung würd ich es machen aber gesagt das gefällt also eigentlich muss ich hier dran springen genau dann nach oben dann hochkrabbeln und nicht nicht zu hoch weil ich anderen unteren dinge anpacken muss hier warte mal ich guck mal wo der wo der jetzt angedödelt kommt ah und jetzt nach oben und nach oben drauf ja ja geil okay dann musst du wahrscheinlich hier auf diesem viereck oder gegenüber von mir siehst da musst du deinen kletterhaken dran machen dann musst du rüberschwingen da muss ich rüberschwingen an so ein dingen und hoch das könnte noch mal spannend werden ja warte mal ich suche mir eine bessere position geschafft ja hier ist der leiter okay ich lasse die leiter runter auch geil ja bitte super dann können wir uns das richtig schön angucken aber wie gesagt ich mache ich bin schon wieder ein höher ja warte ich darf nur nicht fallen ich muss wahrscheinlich auch da hoch mir ist gerade schlecht weil das so hoch ist ich muss wahrscheinlich auch da hoch weil wir müssen zusammen da oben wahrscheinlich einen schalter machen ich sehe das schon kommen hallo bin hinter dir ja nur gucken dass wir jetzt dass ich jetzt irgendwie da ganz oben rauf komme ja du musst hier wieder an das ding und springen und dann hochklettern ja okay okay habe ich verstanden du kannst aber nur von einer seite da ran ja du hast halt nur eine gewisse ausdauer ne das stimmt aber nicht so ich benutze ihn jetzt mal oh hüpf komm schon komm schon oh nein jo ich bin tot okay wir testen es an leute dann damit ihr das seht weil das ist ja nicht so einfach ne weil man ist ja auch nicht gerade so auf dem boden hier ne ich respawn aber ja wahrscheinlich bin ich wieder da unten aber ich habe jetzt die leitern runter gelassen ja oh guck mal hier ey könnte ich ja wohl hier dürfte ich auch nicht runter fall ich krieg grad so was mach los kein scheiß da ein falscher schritt und du bist weg vom Wendt ja ich sehe das schon scheiße scheiße ich muss doch irgendwie da nach oben kommen naja ja geh auf die leiter dann hier rüber springen ist doch kein Problem da kannst du so rüber so da bin ich dann da rüber springen und hüpf und jetzt hier die leiter hoch ne ja boah das wackelt ja ja logisch das wackelt hier ich komm mal die Treppe hoch hier wir sind fast da ey fast da ich will ja nur irgendwie da oben ran kommen ich sehe das schon kommen ja du musst wahrscheinlich auf die gelben Dinger springen da so wie sieht das hier aus Moment ich muss jetzt erstmal nach oben man muss wahrscheinlich nicht nur an die an der Teil da oben man muss auf die gelben Ringe in der Innenseite und dann muss man von Ring zu Ring sich hochhangeln so sieht das hier aus komm hoch guten Tag ja guck mal wenn du da auf diese seitlichen drehenden Dinger gehst und dann musst du wahrscheinlich wie auf die seitlich drehenden Dinger ja wo du gerade drangesprungen bist an das Teil und da musst du wahrscheinlich auf den Innenring hier an diesem Mast da sind ja diese ja 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 ich sehe das schon und da musst du wahrscheinlich ja da musst du ja erstmal ran kommen ne aha das ist ja das spannende an der ganzen Geschichte du musst da erstmal ran kommen ja ich trau mich nicht aber ich wahrscheinlich muss ich das auch machen das wird nochmal richtig ich versuche es auch ja so pass auf ich bin jetzt hier oben ja ich sehe es aber ich komm nicht an die drehenden Dinger ran ja das kannst du vergessen eins aber was ich versuchen kann ist hier oben an das Ding ran zu springen versuch warte 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 und hüpf ne keine Chance keine Chance ist es zu hoch oder was ja du schaffst es nicht du kommst da oben nicht raun also du musst eine Zwischenstation haben auf jeden Fall das schaffst du so nicht du schaffst es so nicht und es wird dunkel ja mach ja nicht wir sind ja hier oben da passiert dann hüpf nein nein du sollst das nicht machen hör auf damit nein 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 wenn du runterfällst nein ich mach nichts und den ganzen Scheiß nochmal machen nein ich mach nichts ich bleib hier oben stehen wahrscheinlich muss ich aber auch da hoch sonst können wir das wahrscheinlich nicht irgendwann aber vielleicht kannst du ne Leiter runterschmeißen so Rapunzel mäßig lass die Leiter herunter aber ich schneide mir nicht die Haare ab wie komm ich da oben ran das mach ich nicht kann ich mich da ran festhalten dass ich dir mein Haar herunter ja da komm ich nicht dran ich komm da nicht ran ich muss da du kommst auf den Zwischendingen hier wo dieses Drehding drangemacht da kommst du nicht ran also musst du wirklich von außen auf den Indoor ist irgendwie da ran kommen jetzt sprühen wir hier ran aber selbst dann nimmt er jetzt nicht hier da wo du jetzt stehst da würde ich dran springen dann ganz schnell nach oben gehts nicht achso ok du kannst das hier ausprobieren oder ne ich probier das nicht aus weil dann kotze ich wieder wenn wir dann alles wieder nach oben hier müssen ich komm da nicht ran oh Gott Leute schon allein hier oh Gott sei dank ich bin in die ganze Kacke hier rein ja Leute dann wird's spannend hier also ich hab keine Ahnung jetzt wird's windig Wetter wird kacktion ist doch ne Sicherheitszone ja aber was heißt wenn du wenn du daran vorbei wenn ich daran vorbeifalle ist vorbei dann wirst du auch nicht so blöd sein zu springen ja gut bei dir weiß man das ja nicht wenn ich auf einmal zwei tage tiefer dann hab ich die ganze scheiße wieder dann ist Sicherheitszone kacke egal ja du weißt ja wieder darauf ich erinnere dich nur an diesen Turm da oben da dachte ich auch wär ne Sicherheitszone wo man mal eben hinspornen kann da hier auf diesen Netzturm dahin diesen Funke Turm und da hallo da oben rauf zu kommen ne das wird ja jetzt nicht leichter ne ne also ich hab gedacht das ist mal eben mal hin ne oh ich hab dich bei da runter getreten na na das schaffst du nicht warte mal Moment mal ne das ist zu weit ne ja du müsstest da auf springen nach oben klettern und dann wenn das hier weißt du was wenn du sagst da auf springen ne so ich stehe hier am Rand ja und jetzt soll ich da ran springen ja da passiert nix ja ich kann machen was ich will du bist doch grad schon dran jetzt bist du da jetzt hochklettern warte noch bis die offene ja weiter und dann hier auf den innenring an dieser Manschette da dran stehen dann komm ich doch nicht ran nach links es sei denn nicht hingucken ja genau ja ja und jetzt rechts rüber und hochklettern also gut bin oben scheiße die Antenne wurde noch nicht aktiviert ok aber ich weiß wie geht und stell den richtigen Kanal ein ich weiß wie geht ok ok ich weiß wie es geht muss ich dich heilen nehm ich heile nehm ich heile nehm ich hoffe ich muss nicht auch da oben hin wäre so geil wenn du das schaffen würdest ja hochkomm komm ja ja ich bin oben gott ich hoffe ich muss nicht auch hoch aktivier die Antenne bitte bitte mach es ja ich hab's geschafft ja wie geil ja ja jawoll wir haben es geschafft oh stell die korrekte Frequenz ein muss ich noch machen ok das ist hier um die Ecke hier rum aber Leute wenn ich da jetzt hätte rauf gemusst ne das wäre jetzt ähm ähm stell die korrekte Frequenz an wie soll ich denn da rankommen Leute oh nein oh nein oh nein alle Spieler werden benötigt ich hab's geahnt ja dann komm mal hoch Leute sonst geht's nicht du musst hier rauf kommen oh nein bitte nicht ich kann das nicht du hast gesehen wie es geht nee also los nee ich stürze ab hier ich kann ah ich kann das nicht ich hab Angst ich bin schon wieder unten ich kann das nicht ich kann das nicht wie soll ich das denn machen such mir jetzt eine Stelle du verarscht mich gerade oder da steht wartet warten sie drauf dass der angespieler du musst hier hochkommen wir mussten das so machen es geht nicht anders ja tut mir leid also ich wollte das nicht riskieren also den schreibe ich nicht machen Aber es ist instabil. Der Zug nimmt eine andere Strecke Richtung Osten. Oh nein. Erwischen Sie den Zug. Wir müssen da runterspringen. Ähm, Fallschirm. Hopp. Fallschirm. Wie hat das jetzt? Zed. Ja, Zed geht ja bei mir nicht. Zed. Du hast doch deine Flügel. Deinen Gleiter oder was auch immer. Zed steht ein. Los. Zed, Zed. Oh, bei mir ruckelt der Ties auch. Ah, ich bin schon gleich ohne. Ach so. Oh Leute, da ruckelt hier gerade. Das ist ja nicht mehr normal. Ich fliege. Hier ruckelt es. Es ruckelt, es ruckelt. Ich fliege. Ja, ich muss leider laufen. Ja, du musst es, äh. Ach du Scheiße. Alter, da ruckelt hier, ne? Wir müssen rausfinden, was der Wasser plant. Und hopp, und hopp, und hopp. Alter, nimm doch den Fallschirm. Wenn du das Signal verlierst, haut man für immer mit unseren Lampen. Nein, ich werde das Signal nicht verlieren. Mach! Ich bin ja hier. Ich bin, ich bin, ich bin hier, ich bin da. Noch nicht. Ich meld mich, sobald ich was weiß. Okay, ich bin da, wo wir sind. Das ist gut, oder? Äh, wo wir hin müssen. Aber für die Stadt, das bleibt abzuwarten. Warte, komm zu hier. Los. Ich versuche es zumindest. Ja. Cool. Also, es war geil, den Fallschirm. Das Signal ist im Moment stabil, du bist 100 Meter weg. Boah, ich habe Ruckler hier, ne? Ja, äh, Leute, ich weiß nicht, es gibt, äh, so Meldungen. Bist du unten? Oh. Das Signal ist weg. Der Zug ist weg. Ich habe das Signal verloren. Scheiße. Hast du toll gemacht, weil du wieder stehen geblieben bist. Ja, weil ich wollte auf dich warten. Ja, äh, Leute, ähm. Also, die Ruckler, ich möchte mich dafür entschuldigen. Ich weiß nicht, woran das gelegen hat. Das war nicht mehr normal. Ähm, Don, wenn du gleich hier hinterher fährst, ne? Äh, hinterher fliegst, ne? Dann, äh, sind unterwegs auch mal so Luftdinger. Ja, Mann, erzähl mir doch nicht so eine Scheiße. Das weiß ich selber, Mann. Ja, weil dadurch bin ich gerade wieder, dann hast du wieder... Ey, der Zug ist doch noch gar nicht gestartet. Was macht er denn da? Du musst doch erst mal den Schalter hier umlegen. Ach so. Ich kann das nicht, oder doch? Ne, alle Spieler werden benutzt. Ja, das ist doch kacke. Warten sie darauf, dass andere Spieler fortfahren, links halten, um sie zu ihnen zu teleportieren. Ne, 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 ne. Ich werde, wenn dann... Wiederhol mich doch hoch! Wenn dann teleportierst du dich zu mir. Ich werde dich nicht zu mir, äh, ich nicht zu dir. Was riechst du dich jetzt noch? Ich bin doch schon da. Ja. Finger weg, ich mach das. Okay. Ähm, warte mal. Stopp, stopp, stopp. Was? Leute. Wir haben jetzt einen Versuch gehabt. Den nächsten seht ihr in der nächsten Folge, würde ich sagen. Ja, denke ich auch mal. Also, macht's gut, Leute. Tschüss. Tschüss. Tschüss.